Ja, liebe Freunde unseres Facebook-Kanals, ich befinde mich hier im wunderschönen Martin Ralf, das war in Berlin, hier gibt es eine Ausstellung, Bauen mit Holz, und es ist mir sehr empfehlen, ich gehe da jetzt gleich mal rein. Bauen mit Holz, Wege in die Zukunft, ist eine faszinierende Ausstellung zur aktuellen Baukultur mit Fokus auf Holz, dem natürlichen, nachwachsenden Rohstoff. Anhand von internationalen und nationalen herausragenden Projekten zeigt die Ausstellung ökologisch nachhaltige und aktuelle Positionen der Holzbaukunst und moderner Holzarchitektur. Präsentiert werden spektakuläre Projekte und richtungsweisende urbane Holzwohnbauten. Großformatige Modelle werden von erläuternden Plänen, Texten und Fotografien begleitet. So, liebe Freunde, ich bin jetzt hier am Ende unseres Rundgangs und ich kann euch nur sagen, das ist eine ganz, ganz tolle Ausstellung mit so schönen Objekten, Einsichten, Einblicken. Und ihr solltet unbedingt diese Ausstellung besuchen, sie läuft noch bis zum 15. Januar hier in Berlin im wunderschönen Martin Ralfsbau. Bis zum nächsten Mal.